Leute, sehen wir diese Woche die nächste große Kursbewegung hier in Bitcoin. Die Price Action, also der Bitcoin Preis, der zieht sich immer weiter zusammen und aktuell handeln wir nur noch in einer Handelsspanne von knapp 1000 US-Dollar. Der nächste Ausbruch, Breakout bzw. Breakdown, wird immer wahrscheinlicher und welches das wahrscheinlichere Szenario hier ist, darüber werden wir im heutigen Update-Video sprechen. Gehen natürlich tief in die Chart-Analyse von den übergeordneten Timeframes, schauen uns verschiedenste Indikatoren an, besprechen die Price Action und gehen natürlich auch in die kleineren Timeframes und schauen uns das Ganze nach SK-System an. Dazu verknüpfen wir das Ganze natürlich wieder mit der aktuellen Liquiditätslandschaft von Bitcoin, damit wir ein holistisches Bild haben und zum Ende gibt es natürlich auch noch ein kurzes, knackiges Update hier zu Ethereum. Falls ihr das heutige Video gefällt, würde ich mir natürlich sehr über eine positive Wertung freuen, gerne den Like-Button smashen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da, starte jeden Tag, bestens vorbereiten mit uns in den Trading-Tag, verpasse definitiv keine dieser wichtigen Analysen mehr und lerne jede Menge rund um das Thema Crypto und Trading dazu. Wir verschwenden keine Zeit, legen direkt los, let's go! Und damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Leute, aktuell testet Bitcoin wieder die Nerven seiner Anleger. Nun, seit schon knapp Anfang Dezember, treten wir hier in eine Konsolidierungs-Seitwärtsphase. Ein Jahr, wir hatten einen vermeintlichen Breakout, der sich aber sehr schnell als Fakeout herausstellte. Vor allem aber unseren Short hier bei 48.550 US-Dollar triggerte mit aktuell 34% im Profit. Danach ging es sehr, sehr schnell wieder in seine Range hinein, ehe dann der nächste Breakdown, vermeintliche Breakdown erfolgte, der sich wiederum sehr, sehr schnell als Fakeout herausstellte. Und Bitcoin kletterte wiederum in seine Konsolidierungs-Range. Jetzt seht ihr aber, Leute, diese Price-Action, der Bitcoin-Preis, zieht sich immer weiter zusammen, was letzten Endes dafür spricht, dass die nächste größere Kursbewegung hier auf uns wartet. In welche Richtung, darüber werden wir jetzt sprechen. Noch aktueller Hinweis, heute Abend natürlich wieder Primetime auf der Crypto Wall Street. 20 Uhr gehe ich live, wo wir sämtliche Märkte deiner Wahl analysieren, vor allem auch einen Blick hier auf die Altcoins werfen. Von daher unbedingt heute Abend um 20 Uhr am Start sein und wir springen jetzt rein in die Analyse von Bitcoin. Schauen wir uns dafür erst einmal im Wochenchart um, wie letzten Endes die Wochenkerze geschlossen ist. Wir sind weiterhin in diesen Top-Regionen unterwegs. Bitcoin schließt seine Wochenkerze bei knapp 42.700 US-Dollar, sind weiterhin in diesen übergeordneten Korrekturbereichen, Leute. Wir sind angekommen in den Regionen des 61.8. Hier war letzten Endes unser letzter Short-Trigger. Dieses Level hat Bitcoin in jedem Zyklus angelaufen, vor dem Halving vor allem, was im April jetzt erfolgt. Und danach gab es erst einmal eine größere Korrektur. In der Vergangenheit 30, 40, 50 Prozent. Aktuell haben wir erst einmal nur eine 20-prozentige Korrektur gesehen. Ist das schon genug? Darüber lässt sich letzten Endes streiten, Leute. Das ist letzten Endes die größte Diskussion, die hier auf Twitter, beziehungsweise hier auf YouTube, auf Twitter, Ex oder sonstigen diversen Plattformen aktuell erfolgt. Ist das bereits jetzt hier dieser Korrektur Boden 38,5 gewesen? Steigen wir von hier raus? Jetzt nur noch gehen Norden neue Jahreshochs, Allzeithochs. Ich weiterhin am Zweifeln an dieser Überlegung, viele Analysten, dass es bereits schon das Ende dieser Korrektur war. Denn in der Vergangenheit, wir arbeiten ganz klar nach Bitcoin-Halving-Zyklus-Theorie, ging es noch einmal ein ordentliches Stück tiefer. Und wir hatten vor allem hier immer wieder über diese grüne Struktur gesprochen, die aus meiner Sicht soweit erst einmal ihr Potenzial ausgeschöpft hat. Plus wir sind in einen sehr, sehr interessanten bärischen Verkaufsbereich reingestochen. Ihr seht ja, Bitcoin hat hier irgendwie seinen Struggle durchzukommen. Plus vor allem haben wir einen schönen Trigger bekommen an der 61,8er Short. Und rein nach Regelwerk hat diese Struktur, wie eben schon durchgegeben, sein Potenzial ausgeschöpft. Wir haben die Erlaubnis, definitiv erst einmal eine tiefere Korrektur zu sehen. Wir haben nicht mal das 38,2er angelaufen. Das liegt bei 36.100 US-Dollar. Oder dann das Korrekturziel von knapp 32.000 US-Dollar nach SK-System. Ebenfalls, wenn wir in die übergeordneten Timeframes hier in den Heatmaps einmal reinschauen, drei Monatschart, so haben wir aktuell weiterhin die meiste Liquidität nicht nach oben liegend, nein, nach unten hin liegend. In diesem Fall starten wir in Region 35,2 und die meiste liegt wie bei 34,2. Somit erst einmal für mich die größere Wahrscheinlichkeit, dass wir einen weiteren Abverkauf bekommen. In den kleineren Timeframes, da wird es jetzt kniffliger. Denn, wie ich eben durchgegeben habe, zieht sich die Price Action immer weiter zusammen. Bitcoin hat auch aktuell noch eine aufwärtsgerichtete Marktstruktur. Das heißt, wir bilden stetig höhere Hochs und höhere Tiefs, sind jetzt letzten Endes auch hier nochmal von 38,5 gebounced und wiederum in dieser Konsolidierungs-Sidewells-Range reingefallen. Wenn wir uns einmal die Indikatoren hier im Tageschart anschauen, dann sind die erst einmal ausgeglichen. Sie weisen jetzt nicht darauf hin, wir sind noch maximal überverkauft oder so. Oder auch hier im MACD ist aktuell das Momentum noch positiv. Wir haben zuletzt ein positives Crossing wieder gesehen. Es zeichnet sich noch nicht ein wiederum schlechtes Crossing gegen Süden ab. Dementsprechend aus der Tageschart, Leute, kann man aktuell nicht entnehmen, in welche Richtung es wirklich gehen wird. Die wahrscheinlichen Szenarien für mich aktuell. Wir sehen mittelfristig noch einmal einen Abverkauf. Kurzfristig durchaus möglich, dass wir noch einmal eine Etage höher klettern, Leute. Denn wir müssen auch festhalten, schauen wir uns einmal in den weiteren Timeframes um. Wir haben über den 3-Monatschart gesprochen. Jetzt der 1-Monatschart. Kurzfristig hier im 1-Monatschart ist hier Liquidität. Ihr seht es ja knapp überhalt der lokalen Hochs bei 44.000 US-Dollar 200 reingekommen. Dementsprechend gut möglich, dass wir auch diese Region abgreifen in dieser Woche. 44.2, was würde das für den Bitcoin-Preis bedeuten? Er würde hier in diese Region vorstechen. Also erst einmal wieder gehen Norden ausbrechen. Einen nächsten Breakout hinlegen. Wenn wir jetzt aber in die untergeordneten Timeframes einmal reinspringen, in den 4-Stunden-Chart, dann hatten wir über dieses Szenario gesprochen. Wir haben einen zweiten Short bereits laufen. Eröffnet bei 43.762 US-Dollar. Dieser ist es ebenfalls bereits risikofrei. Stop-Loss auf Einstiegspreis. Denn von diesem Top haben wir natürlich auch so einen starken Abverkauf gesehen, dass erst einmal das nächste Erholungspotenzial diese Region darstellt. Doch hier davon auszugehen ist, dass hier wiederum Verkaufsdruck reinkommt. Und in diesem Fall seht ihr auch wiederum, Bitcoin hat seinen immensen Struggle in diesen Regionen. Jetzt aber auch zuletzt darüber gesprochen, nicht verwerflich, ihr seht ja, wir haben direkt an dem ersten Level reagiert, dass Bitcoin noch höhere Level in dieser Range auskostet. 55.9er, 61.8er, 66.7er, die Werte sind hier angegeben. Das sind für mich meine nächsten Short-Trigger. Das heißt, sollte Bitcoin jetzt hier hochziehen und dieses Level von 50% wieder erreichen, lasse ich mich plus minus 0 ausstoppen und eröffne meinen nächsten Short am 55.9er. Stop-Loss kurz vor das 61.8er, nächste Short 61.8er, Stop-Loss kurz vor 16.67er und dann das nächste, letzte Short-Level hier in diesen Regionen mit Stop-Loss knapp darüber. Sollte dieses Level zerstört werden, der mag dann hier diese Price-Action hinlegen, dann rechne ich damit, dass wir einen Retest dieses letzten Hochs sehen. 48.5 ist letzten Endes diese Short-Position auch bereits auf Break-Even gezogen. Wir hatten drei Laufen, zwei bereits schon völlig geschlossen, im Profit natürlich und dann müssen wir davon ausgehen, dass Bitcoin erst einmal eine Etage höher ansetzt. Retest der 49k, respektive dann das übergeordnete Level von 66.7, 51.176 US-Dollar anläuft. Hier erwarte ich dann aber wiederum erst einmal eine Rejection für Bitcoin. Wenn wir noch tiefer reinspringen, Leute, nicht in die 4-Stunden-Chart, sondern in die 1-Stunden-Chart, dann sehen wir erst einmal, okay, Bitcoin hat diese bullische Struktur hier erst einmal in C-Level getragen. Schöner Überschneidungsbereich, erhöhte Wahrscheinlichkeit für diesen Short. Doch hier haben wir auch diese Korrektur noch nicht abgeschlossen. Der nächste kurzfristige Long wäre weiterhin möglich in der Region von 41.171 US-Dollar. Das heißt, sollte Bitcoin folgende Price Action aufweisen, dann rechne ich erst einmal mit einem Bounce aus diesen unteren Regionen, ganz klar nach SK-System und wiederum Retest dieser Range-Unterkante. Das ist das nächste Long-Szenario für mich. Doch ihr seht, aktuell pumpt Bitcoin, wunderschön, über 43.090 US-Dollar. Gut möglich, dass wir echt diesen Retest dieser Region sehen werden. Aktuell ist die Marktstruktur bullish. Wir stehen oberhalb hier, wie durchgegeben, des 50er EMAs auch in der Tageschart. Das heißt, auch hier haben wir noch einmal einen Retest gesehen. Der dient aktuell als Support in der 4-Stunden-Chart. Sehen wir auch weiterhin den Support des 200 EMAs. Die Marktstruktur aktuell noch bullish gerichtet. Leute, wir können noch nicht davon ausgehen, dass wir diesen Major Breakdown sehen. Und dementsprechend müssen wir natürlich unser Trade- und Risikomanagement anpassen. Das ist soweit erst einmal den Fahrplan, den ich hier für Bitcoin für euch parat habe. Schauen wir uns noch einmal kurz die signifikanten Liquidation-Levels an. Dann hat Bitcoin jetzt kurzfristig ein schönes Medium-Leverage-Short hier herausgenommen bei 43.079 US-Dollar. Doch ihr seht ebenfalls, diese Medium-Leverage-Shorts reichen hoch bis 43.800 US-Dollar. Die Liquidität ist aktuell hier oben zu finden. Und die Low-Leverage-Shorts reichen hoch bis 44.665 US-Dollar aus. Cumulative Liquidation-Levels-Delta. Schaut es euch einmal an. 286 Shorts versus 287 Longs. Sehr, sehr ausgeglichen, Leute. Wir können da gerade auch ebenfalls keinen klaren Advantage-Vorteil für die eine oder andere Seite sehen. Im 7-Tages-Short liegt Liquidität die meiste unter uns bei 41.8. Doch auch hier bis in die Region hochreichend 44.8 auch Liquidität liegend. Es ist eine sehr, sehr knifflige Situation, Leute. Aktuell, wir müssen einfach die Ruhe bewahren. Wir haben unseren Fahrplan gerade klar besprochen und dementsprechend agiere ich hier oben in diesen Regionen erneut Short. In den unteren Regionen hier unten bei knapp 41.100 US-Dollar Long. Falls du irgendwelche Fragen zur heutigen Bitcoin-Analyse hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare unterhalb dieses Videos oder schau gerne in unserer kostenlosen Telegram-Gruppe vorbei. Für dich die Möglichkeit, dich mit über 3.200 Mitgliedern, Analysten, Investoren und Tradern tagtäglich auszutauschen als auch mit mir in Interaktion zu treten. Gerne einmal vorbeischauen. Kostenloser Mehrwert, den du da ebenfalls noch abgreifen kannst. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ganz abschließend kurz einmal weiter mit Ethereum, der ebenfalls aktuell Palm, 2.309 US-Dollar auch hier über die Marktstruktur gesprochen. Bullish aktuell ebenfalls zu bewerten. Sowohl übergeordnet haben wir weitere Ziele in der Region von 2.940 US-Dollar zu finden. Die Marktstruktur ist wunderschön aufwärtsgerichtet, nicht in Gefahr. Wir verlaufen in dieser dunkelgrünen Struktur. Das war unser letzter langfristiger Long bei 1.600 US-Dollar. Und ich gehe auch weiterhin davon aus, dass wir diese Kursbewegung von Ethereum sehen werden. Aktuell in den kleineren Timeframes baut Ethereum auch neue bullische Strukturen auf, nachdem diese kurze Korrekturphase erfolgt ist. Wir haben kurzfristig auch weiteres Potenzial bis 2.443 US-Dollar hoch, bis 2.534 US-Dollar. Hier rechne ich dann wiederum erst einmal mit ein bisschen Verkaufsdruck und den nächsten Rücksetzer von Ethereum. Und hier läuft Ethereum aktuell wunderschön in seinen türkisfarbenen Strukturen. Sequenz aktiviert, BC-Level genutzt für den nächsten Long, Ziel-Level erreicht, Profite realisiert, runterkorrektiert in den nächsten Long. Diesen Profit ebenfalls mitnehmen können, eintüten können. Und wir hatten über den Retest in den letzten Videos gesprochen. Durchaus möglich, dass wir den sehen, wäre strukturell positiv zu bewerten für Ethereum. Denn damit hätten wir ein schönes Konstrukt, wo wir die nächste Aufwärtsbewegung drauf aufbauen können. Und diese, die erfolgt aus meiner Sicht jetzt. Von daher, nächste wichtige Level hier für Ethereum. Erst einmal dieses Level von knapp 2.329 US-Dollar herauszunehmen. Damit würden wir auch eine neue interne Struktur bilden aus diesem Gesamtkorrektur-Level, die uns in diese Regionen des Verkaufs-Levels drücken sollten. Das ist hier erst einmal den Fahrplan, den ich in Ethereum parat habe. Können wir natürlich detailliert auch heute Abend im Livestream um 20 Uhr besprechen. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir mehr Wert stiften konnte, dass das heutige Video dir gefallen hat. Du was mitnehmen konntest. Falls es ihm so ist, gerne einmal den Like-Button smaschen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, gerne kostenlos rein abonnieren. Jeden Tag bestens up to date rund um Bitcoin, Ethereum und Co. sein. Und heute Abend, wie gesagt, 20 Uhr der Livestream, Leute. Ich freue mich darauf. Jede Menge Altcoin-Chart-Analysen erwarten dich da. Macht's jetzt erstmal gut. Erfolgreichen Wochenstart euch. Bis dahin. Ciao, ciao.